Mein Name ist Bernd Stinkelbauer, bin Leiter Operations in Bad Harzburg, verantwortlich für die Produktion. Bad Harzburg hat natürlich jetzt den großen Schwenk zu machen von dem weiten Amerika, was dort der Elon Musk macht. Hier gibt es viele gute Beispiele. Ich werde Ihnen anhand von meinen Folien die Beispiele und die Erfahrungen, die wir in Bad Harzburg gemacht haben, schildern. Sie sehen hier an der Überschrift Fokussierung durch Zielentfaltung in der Kata-Coaching-Kaskade. Fokussierung steht deswegen drauf, weil viele von Ihnen kennen das auch. Sie haben einen Kostendruck in Europa, in Deutschland. Wir haben eine Reorganisation in diesem Jahr und im vorletzten Jahr durchgeführt und sind da dann schon in Straucheln gekommen. Und genau zur richtigen Zeit ist uns der Herr Aulinger begegnet. An einem Schnuppertag in Hannover und dann an weiteren Seminartagen bei uns. Also das hat uns dann einfach geholfen, aus dieser Misere herauszukommen. Sie wissen, wenn Sie Führungskräfte austauschen, das ganze Werkleitungskreis wurde ausgetauscht und nach Ihren Mitarbeitern bis runter zum Werke ein Gefühl geben, hier geht es weiter. Und das Ganze haben wir an diesem Standard dadurch gedreht, dass wir unter anderem das Thema Kata eingesetzt haben. Es gibt natürlich in der Grund noch viele andere Tools, die wir haben. Aber wir haben uns ganz klar darauf fokussiert und haben sozusagen, die Themen, die wir dort haben, die tun wir auch. Und das ein oder andere hat mir liegen lassen. Damit sind wir auch richtig gut in Fahrt gekommen und es war auch genau die richtige Entscheidung. Also die Dinge mal wegzulassen, wo man eigentlich mitträgt, tut einem an einem bestimmten Punkt dann auch gut, weil dann habe ich die Ressource und kann mich, wie in der Überschrift beschrieben, komplett fokussieren. Auf den nächsten Folien ein paar Punkte zu meiner Person, dann noch ein paar weitere Details zu Mann und Hummel. Dann die Zeitschiene, die auch beim Kata nicht zu vergessen ist, weil von heute auf morgen machen Sie das Ganze auch nicht. Dann habe ich konkret zwei Beispiele dabei, was das Thema Qualität und Lieferperformance angeht und auch die weitere Schritte, die wir am Standard jetzt tun. Zu meiner Person, Bernd Stilgenbauer, Lean- und Kata-Training. Ich hatte 2007 das Vergnügen an einem Six Sigma Black Belt Training teilzunehmen beim letzten Arbeitgeber. Auch sehr anstrengend, wenn Sie mit der großen Menge von Statistik dann an Probleme rangehen. Das hat man dann erlebt, dass bei der Kata etwas anderes ist. Ich hatte auch 2008 ein World Class Manufacturing Training in Japan können teilnehmen. Das war eine Förderungsmaßnahme von der EU in Brüssel, sodass ich dann dort, wie vielleicht einige von Ihnen auch, japanische Unternehmen direkt vor Ort kennenlernte und dort auch sah, was die mit einfachen Methoden machen. Also nicht immer mit riesen BDE-Systemen Werte auswerten, sondern oft mit einem Stift an einer Tafel eine Kennzahl schreiben. Also das war dann schon die andere Welt, wo man dann erlebt. Und dort habe ich aber auch erlebt, wie wichtig der Mitarbeiter ist. Also nicht nur Präsentationsfolien, sondern immer in den Shopfloor und frage deine Leute. Wie so oft gibt es den Spruch, wo man auch öfters hört, frage die. Die machen das acht Stunden. Es kann keiner besser wissen, wie die Werke vor Ort. Und er hatte dann 2015, 2016 mit Herrn Aulinger gemeinsam die Trainings in Bad Harzburg durchgeführt. Ich würde weitergehen. Nun sehen Sie hier ein Bild von Mann & Hummel Bad Harzburg. Der große Konzern Mann & Hummel, großer Mittelständler, 20.000 Mitarbeiter, gut drei Milliarden Jahresumsatz, hat so ein gallisches Dorf oben im Norden, in Bad Harzburg, kurz vorm Harz. Wir haben eine relativ geringe Produktionsfläche auch dort, 6.400 Quadratmeter, Lagerfläche 3.700. Wir haben 306 Mitarbeiter dort. Im Verhältnis zu unseren restlichen Unternehmen mit 20.000 sind wir dann schon ein relativ kleiner Standard, aber schick und schön, was wir dort im letzten Jahr erreicht haben. Wir haben circa 2.000 Produkte. Hier sehen Sie so ein Agile Joint, so eine Rheinluftleitung. Einer unserer OEM sitzt da hier in den Reihen drin. Wir fahren dort mit 18 Schichten. Auch da arbeiten wir dran, mit Cutter runter auf 16 oder 17 Schichten zu kommen. Wir haben ein Programm gestattet für unsere Mitarbeiter, dass die das alle lesen können, also ein großes Banner auch, hinterlegt mit verschiedenen Punkten. Also Audi aufgeräumt durch Start erfolgreich, weil wir aufgrund, dass viele Dinge weggerieselt sind, dann einfach einen Neuanlauf brauchten. Was besonders auch zu erwähnen ist, wir haben vor zwei Wochen einen BMW Innovation Award bekommen und haben uns darüber sehr, sehr gefreut. Von 3.200 Lieferanten wurde der kleine Standard Bad Harzburg mit seiner Entwicklungsabteilung, seiner Operationsabteilung mit solch einem Award ausgezeichnet. Also es zeigt uns, dass wir an dem Standard einfach die richtigen Produkte haben. Jetzt müssen wir mit Cutter beim Bereich Operations noch die Kennzahlen dazu erzeugen und dafür habe ich auch weitere Beispiele mit dabei. Soweit zum Standard Bad Harzburg, strukturell einige Jahre alt. Wir werden natürlich kein Werk auf der grünen Wiese bauen, auch das ist klar für uns, sodass wir an den Verhältnissen, die wir haben, nicht viel ändern können. Wir können es aber trotzdem so gut wie möglich machen und das haben wir mit vielen Beispielen erreicht. Die nächste Folie sehen Sie eine automatisierte Montageanlage. Hier im Hintergrund sehen Sie diese Anlage, die das Rohr herstellt, also diese Blasformanlagen. Sie sehen verschiedene Automatisierungsschritte mit Robotern drin und vorne bestückt, an dieser Seite besteht ein Mitarbeiter die ganze Anlage. Legt also die Einzelteile auf und legt das fertige Bauteil dann komplett in die Kundenbehälter rein. Produktion nach Kundenvorgabe. Wir haben dort ein Pull-System von Kundenabruf über Fertigungsstreuerung bis Lieferantenbestellung. Produktionsversorgung via Routenzug. Wir haben im letzten Jahr auch das Thema E-Kernbahn dort ausgerollt, also nicht auf Zuruf bringen wir Material, sondern direkt, wenn das Ganze fertig gemeldet worden ist. Wir haben stark an den Layouts gewerkelt und gearbeitet, sind da noch dran. Wir haben 28 Blasmaschinen, die werden wir bis Mitte nächstes Jahres alle in eine andere Position versetzen und haben bedarfsorientierte Produktionsstruktur. Also wir haben Online- und Offline-Prozesse, also auch wie sie viele, sie haben immer automatisierte Sachen und sie haben dann Ersatzteile und kleinere Menge zu machen. Auch dafür haben wir einen eigenen Hallebereich gemacht. Wir haben mitarbeiterorientierte Linienanforderungen. Klar war das Thema Qualität im Fokus. Auch da haben wir mehr in den Fokus reingerückt. Werker Selbstkontrolle, standardisierte Freigabeprozeduren und schnelle Regelkreise. Unter anderem sehen Sie das ja auch beim Cutter, dass Sie relativ schnell Rückmeldung kriegen. Auch das war etwas. Die Q-Abteilung kriegt eine Reklamation. Bis das am Werker unten an der Linie angekommen ist, sind oft mehrere Stunden vergangen. Auch das haben wir vehement einfach verbessert, sodass das täglich dort am Laufen ist. Soweit zum Überblick, was in Bad Harzburg an Anlagen steht. Würde nun weitergehen mit diesem Cutter-Training am Standort, wo ich vorhin erwähnt habe, wir hatten das erste Training vom 12. bis zum 14. 10. 2015. Haben dann die ersten Lean-Theorien gemacht, sodass Sie auch bestimmt kennen, wie baue ich ein Lego-Auto, wie kann ich eine Zeit messen, was kann ich daran verbessern. So die erste Ableitung herausgeleitet. Wir haben circa 40 Mitarbeiter jetzt trainiert und wir haben 150 Leute in der Produktion mit Instandhaltung, Logistik dabei und der Rest sind die Bereiche, was Controlling und was Entwicklung ist. Entwicklung hat mittlerweile auch bei uns schon in das Thema Cutter reingeschnuppert. Wenn man jetzt sieht, was wir bisher erreicht haben mit dem Innovation Award und was dann die Entwicklung sehr wahrscheinlich machen kann, wenn die auch in dem Cutter-Thema einsteigt, wird das Ganze schon sehr spannend. Wir bleiben aber bei der Produktion. Wir haben dann das nächste Training gehabt im September, auch wieder Lean-Wertstrom aufgenommen. Also alle Leute haben die gleiche Grundstruktur bekommen, die gleiche Wissensbasis. Wir haben dann mit dem Lean-Coaching angefangen. Wir haben die Bilder auch gesehen auf der letzten Präsentation, was ist ein Coach, 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 die ganzen Sachen trainiert. Das müssen Sie alles üben und Sie müssen Ihren Leuten die Zeit geben, dass Sie das Ganze auch leben können. Sie sehen immer Distanze zwischen von zwei bis drei Monate. Das brauchen Sie auch. Wir haben oft überlegt, werden wir schneller. Das Thema ist aber auch vorhin angesprochen worden, weil Sie Ihre eigentliche tägliche Arbeit behalten Sie ja auch noch. Sie können nicht einfach sagen, das schalte ich jetzt alles ab, ich mache nur Cutter. Dann müssen Sie am Anfang eine Gratwanderung machen. Dann haben wir begonnen mit dieser Coaching-Kette vom zweiten bis zum dritten Sechsten und hatten das Ganze im September auch nochmal wiederholt. Waren in Summe 13 Seminartage, die wir haben und hier unten steht noch ein Satz und viel tägliche Übungen. Da steckt viel, viel Zeit hinten dran. Das Ganze müssen Sie selbst, also ich habe das selbst auch erlebt, bis man da die Routine hat, bis man dann da reinkommt, bis sich das Ganze einschleift, hat man also viele tägliche Übungen. Und die Leute sind ja auch nervös. Wenn Sie sich vorstellen, ein Teamsprecher von der Linie steht dann in dem Cutterraum, präsentiert gegenüber mir oder sogar meinem Chef etwas und macht das Coaching zum ersten Mal, dass die Leute da sehr nervös sind. Ist klar, aber Sie sind total überrascht, was die Leute an Motivation kriegen. Wie sich das Ganze hinterher entfaltet und sagt, der Chef hört mir mal zu. Dann sehe ich immer nur durch den Flur flitzen rauf und runter und wenn ich etwas frage, sagt er immer, ich habe nur noch eine Minute. Und an dem Punkt waren die Leute alle in dem Raum zusammen und man hatte das gemeinsam gemacht. Also hier waren 20, 25 Leute zusammen, der Coach und der Mentee mit dem Ziel, mit den Formularen, die man sich dann angeschaut hat. Und es war ein ganz tolles Erlebnis für alle, die da dabei waren. Sie sehen also hier meine Mannschaft auch dabei. Sie sehen auch diese Coaching-Wand hier in Strukturen. Sie sehen immer hier den Mentee und den Coach. Sie sehen immer hier das Ziel und auf der rechten Seite immer diese Uhrzeit. Also das Ganze ist so getaktet, dass Sie morgens um 7 Uhr die ersten Schichtführer mit dem ersten Schichtmeister sprechen, dann die Qualitätsleiter kommen. Ich komme um 9 Uhr bis 9.10 Uhr, frage die letzten Qualitätsdaten ab. Um 9.45 Uhr bis 10 Uhr habe ich dann das Thema, was Logistik ist, was Bestände sind, wie die Lieferungen aussehen, wie die wesentlichen Kennzahlen sind, aber auch über verschiedene Eskalationsschritte. Und Sie sehen immer an den Karten auch hier hinten dran, habe ich später dann auch nochmal ein Bild mit dabei. Wie laufen die Coachings? Deshalb zum Management-System. Lebt es? Ist das eine Excel-Liste, die irgendwo auf dem Server liegt? Oder können Sie dort reingehen und sich einfach wunderbar anschauen, läuft es oder läuft es nicht? Ich würde weitergehen zu der nächsten Folie. Was wir dann gemacht haben an einem dieser Coaching-Trainings. Sie sehen auch, die Tafel hat gelebt. Man hat dann mit verschiedenen Zetteln gearbeitet. Sie sehen hier diese Coachings, wo ich mit meinem Logistikleiter darüber rede. Und auch diese typische Coaching-Dokumentation, wo dann wiederum draufsteht, immer diese klassischen Themen. Wie ist Ihr aktueller Zielzustand? Wie ist Ihr aktueller Ist-Zustand? Eine Mitarbeiterin, die Frau Heimburg, grinst ein bisschen, die kennt die Themen. Und das müssen Sie diszipliniert durchführen. Das führt Sie dorthin und dann auch noch zu Fragen, welche Coachings haben Sie durchgeführt? Was haben Sie daraus gelernt? Immer die Disziplin zu sagen, das ist der Standard. Wenn Sie anfangen, davon abzuweichen, verbessert das ganze System. Auch das erfährt man in diesen Seminaren und hinterher in der Coaching-Kette. Das ist einzuhalten. Wenn Sie anfangen, da abzuweichen, haben Sie einfach das Thema, dass Sie nicht mehr gut werden und den Fokus einfach verlieren. Typische weitere Fragen sind dann, was ist dein nächstes Hindernis? Was ist dein nächster Schritt und deine Erwartung daraus? Und dann erleben Sie, wie die Leute sprudeln. Die fangen dann an. Weil ja vorher eine Präsentation, die muss man ein bisschen lenken. Und wenn das Routine gibt, wenn Sie drei, vier, fünfmal das Coaching gemacht haben, werden die Leute sicherer. Sie selber werden auch sicherer. Und das Ganze fängt an zu laufen. Also wenn man das selbst erlebt hat, das ist wunderbar. Wenn einem das vorher jemand sagt oder man liest in einem Buch, denkt man, die können ja viel reinschreiben. Wenn man das aber ganz mit seiner eigenen Mannschaft so erlebt hat, ist das schon ein tolles Erlebnis. Wir haben dann an diesem Tag, in zweieinhalb Kurstagen, 70 Lernschritte gemacht. Morgens um 8 Uhr angefangen, bis abends um 17 Uhr, 17.30 Uhr. Und immer wieder diese Coachingkette durchlaufen, sodass Sie sehen, Achtung, ich habe ein Coaching an dem Tag gemacht, dann hatte ich nachmittags das zweite, die Experimente dazwischen und gegen Abend nochmals dritte. Also das war eine wunderbare Erfahrung. Und das schärft Ihnen auch Ihr System, weil alle Leute lernen dann daraus, aha, mein Vorredner hat dort und dort eine Lücke gehabt. Der hat die Frage falsch gestellt. Dann kamen sehr oft, Frage 2.0, Frage 2.0. Okay, dann stehen Sie vor Ihrer Mannschaft, ja, was war jetzt die Frage 2.0? Aber das hilft Ihnen. Das ist im ersten Moment sehr, sehr anstrengend, aber das hilft Ihnen, das System, Kata-Coaching extrem zu schärfen und auf ein ganz hohes Niveau zu bringen. Was Sie dann auch sehen, wir haben dann natürlich auch einfache Themen beim Operations. Ich habe vorher von Bestandszahlen gesprochen. Sie haben ganz typisch auch, ich habe an einer Linie eine Ausbringung von 144 Stück in die Schicht, hat der Mitarbeiter die erreicht. Die Schichtführer und die Teamsprecher ist der Coach und der Mentee und die begleiten das Ganze. Das haben wir jetzt in der letzten Phase auch über drei Monate gemacht. Wir hatten jetzt die letzte Nachtschicht, die erste Schicht innerhalb von acht Stunden, die 144 Stück erreicht hat. Und das sind die kleinen Ergebnisse, Ziele, die Sie erreichen, die dann auch Ihre Mannschaft. Also wir haben über Monate Serienanlauf, er war gebraucht, bis die Anlage stabil war, Störungen von der Buchsenzuführung etc. Banale, einfache Dinge, aber genau die müssen Sie rausfinden. Der Arbeitsplaner, der steht acht Stunden vor und genau in dem Moment funktioniert das Ding. Oder der Anlagebauer ist da, der reißt gerade ab und schon funktioniert die Sache nicht mehr. Jetzt haben es die Teamsprecher in die Hand, das über drei Schichten. Wir haben morgens dann immer wunderbar eine Dokumentation, einfache Strichliste, auch mit den Methoden kann man dort arbeiten und wissen, was genau funktioniert und wo wir dran greifen müssen. Und wir führen uns die Leute an einfache Themen dran. Wenn das mal zwei, drei Monate gemacht hat, ein Teamsprecher, der kann dann auch wieder weitere Aufgaben machen. Also ganz toll, diese Coachingkette, 70 Lernschritte in diesen zweieinhalb Tagen. Wir haben hier fast einen Rekord mit aufgestellt. Einer meiner Nachfolger hat nicht ganz so viel hingebracht, aber wir haben dort sein Ergebnis gesehen und wir haben gesagt, das toppen wir an den zweieinhalb Tage. Das ist uns auch gut gelungen mit den 70 Coachings, die wir gemacht haben. Linken Seite sehen Sie immer wieder diese Coaching-Dokumentation, die ich, der Coach, jeden Tag dreimal ausfülle, wenn ich meine drei Coachings habe. Sodass Sie dann auch wiederum später dann eine Funktion haben. Die eine ist grün, die andere ist blau, die andere ist rot. Aber das werden mein Nachfolger dann auch in seiner Präsentation noch ein bisschen erklären. Also daraus lernt man auch. Unter anderem haben wir dann gelernt, wir brauchen vielleicht noch eine weitere Farbe außer rot und grün, sodass wir eine weitere Dokumentation machen. Also Sie sehen, Kata-Coaching lebt. Viele kleine Schritte, die führen uns zum Schluss oben hin, dass man hier oben diese Ziele erreicht. Nächste Folie. Gruppencoaching täglich dauert zehn Minuten. Also wir haben über Tag diese Coachings, wo ich ja nicht im Wesentlichen dabei bin. Das sehe ich ja gar nicht. Nur wenn ich mit dazugehe, habe ich meine Coachings für meine Kennzahlen und die Mitarbeiter-Coaching ihre Sache. Damit, wenn dann Störungen sind und wir dann auch, dass die Mitarbeiter auch etwas eskaliere können, gibt es bei uns ein Gruppencoaching des Nachmittags von 15 Uhr bis 15 Uhr zehn. Sie sehen hier auch die Kaskade, dass die Informationen von oben nach unten und auch von unten nach oben fließen. Nach der Eskalation sollten die Entscheidungen sofort den Prozess verbessern mitgeteilt und abgestimmt werden. Typische Aussage ist dann immer für mich, folgende Themen sind zu mir eskaliert worden. Gibt es weitere Hindernisse, die uns aktuell davon abhalten, unseren Zielzustand erreichen. Da geht es dann oft um Investitionen. Wir brauchen 1.000 Euro für eine Vorrichtung. Wir müssen für 2.000 Euro was kaufen. Und das geht dann relativ schnell, wo die Leute dann merken, aha, der sagt relativ schnell ja, wenn man die Zahlen da de facto ein bisschen abgleicht. Und es gibt keinen langen Bestellprozess und eine riesen Terminversuche, dass ich mit dem Chef mal darüber reden kann, sondern das ist täglich. Und das hilft Ihnen, die Dinge relativ rasch und auch schnell abzuarbeiten. Zum Thema XY von gestern kann ich Ihnen mitteilen, dass der nächste Schritt sein wird. Das und das machen wir da draus. Das zum Gruppencoaching, ach, das haben wir danach nach vielen einzelnen Workshops dann auch entwickelt, weil wir gemerkt haben, wir müssen mit unseren Leuten eine Rückmeldung geben und auch die Mitarbeiter können dann direkt zu mir etwas weitergeben. Haben wir auch in den letzten Monaten daraus entwickelt. Konkret, warum machen wir das Ganze alles? Wir haben Kundenbeanstandungen gehabt. Wir hatten im August 2015 24 Reklamationen im Werk. Sie können sich vorstellen, bei 150 Mitarbeitern in der Produktion stellen Sie mal locker 20 Leute in Ihre NPI oder Feierwahlprüfung und die machen ja nichts Wertschöpfendes. Je mehr Teile die sortieren, je mehr Teile haben Sie in der NOAH, wo noch ein weiterer Fehler dran ist. Also wir kamen im August 2015 von 24 Reklamationen und sind jetzt im August 2016, waren wir sogar auf einer Reklamation und haben im letzten Monat mit vier Reklamationen den Monat abgeschlossen. Also signifikanten Änderungen. Wunderbar, weil es gibt auch viele einfache Sachen, wo der Werker einen Fehler gemacht hat. Das muss der wissen. Oder auch die Werker teilen uns Sachen mit, wo wir denken, in die Vorrichtungen laufen oder die Anlagen laufen ja ganz toll, das ist oftmals gar nicht so, wie der Planer sich das alles vorstellt, wie der Werker dann später daran arbeitet. Da gibt es immer ein paar Abweichungen, grobe Sache natürlich nicht, aber die kleine Abweichung und genau die machen die Details aus. Also signifikante Reduzierung der Kundenreklamationen. Das war der Punkt, was wir bei unserem KPI Kundenreklamationen erreicht haben. Nächster Punkt ist Delivery Service. Aufgrund diesen vielen Veränderungen im Werk hatten wir im Juli 2015 86% Delivery Service und haben das Ganze um weit über 12,5% nach oben getrieben und sind jetzt der fünfte Monat in Folge bei 99,4% Delivery Service. Gott sei Dank, wir haben Ruhe, der Kunde nervt uns nicht und wir haben auch die Chance jetzt, da ist vorhin auch darüber gesprochen worden, die Dinge für morgen zu tun. Dass wenn Sie immer Firefighting machen, kommen Sie aus Ihren Tagesgeschäften, aus Ihren Schleifen gar nicht raus, aber das haben wir damit also auch gemacht. Signifikante Reduzierung der Sonderfahrten, damit man dann auch ein Gefühl hat, wir haben im Jahr 2015 523.000 Euro an Sonderfahrten ausgegeben. Sie wissen alle, wenn Sie Produktion, wo in dieser Schleife drin sind, bis Sie da wieder rauskommen, ist schon anstrengend. Also das Geld haben wir quasi zum Fenster rausgeschmissen und haben bis dato im Moment 23.000 Euro für 2016. Der letzte Monat 2.200 Euro. Also ein ganz anderes Niveau. Also das waren Dinge, die wir mit Cutter durch das Konsequente erreicht hätten. Vielleicht hätten wir auch das eine oder andere mit einer anderen Methode erreicht, aber so konsequent, wie die Cutter uns da geholfen hat, habe ich bis dato kein anderes Werkzeug erlebt. Dann sehen Sie, wie machen wir weiter. Vorten sind die Begriffe Schichtführer, Teamsprecher gefallen, um auch das Thema Problemlösekapazität zu erhöhen. Wir haben einen Schichtführer, der führt bei uns drei Produktionsbereiche und haben darunter vier Teamsprecher. Drei Hallen, also sogenannte drei Teamsprecher brauchen wir dazu und wir haben den vierten jetzt dazu genommen, dass der täglich die Prozessebesserungen macht. Das Training von diesen Teamsprechern ist analog dem Thema Cutter-Training, das wir auch haben, abgelaufen. Sie sehen auch hier diese Coaching-Fragen, die wir haben. Sie sehen auch hier diese Lego-Bausteine. Sie sehen hier diesen Rechner mit dem Excel-Tool, wo Sie 20 Messungen machen können. Jeder, der das Training bis dahin durchlaufen hat, wir haben nichts anderes gemacht. Genau die guten Dinge, die wir gelernt haben, auch weitergegeben an die nächste Ebene, an die Teamsprecher. Wir sind mittlerweile auch dabei, Werker mit rauszunehmen, sodass wir sagen, wir müssen noch mehr an die Basis dran. Also das waren unsere Aufgaben, die unsere Teamsprecher jetzt machen. Die waren vorher immer mit Qualität, Qualifizierung der Mitarbeiter, Prozessabnahmen beschäftigt. Die stellen wir jetzt auch frei, sodass die die Themen Prozessverbesserung täglich vor Ort erleben. Die durchlaufen erst dieses Training, sodass die auch alle diese Erfahrungen haben, die Methode kennenlernen und dann später auch weitergehen. Sie sehen hier oben auch nochmal dieses Bild von diesen Coach-Coaches. Das nutzt natürlich den Leuten dann natürlich auch, dass die ein Feedback kriegen, dass wir denen auch eine Rückmeldung geben, was kann man besser machen, Fragetechnik und und und, aber überall dieselbe Methodik anwenden. Das soweit zum Thema nächste Schritte. Ich hatte vorhin angesprochen, unsere Entwicklung ist auch mit dabei. Da wird dann nächstes Jahr im Februar, März nochmal eine Veranstaltung sein. Die haben jetzt in dem Thema Cutter auch mal reingeschnuppert. Da wird es im nächsten Jahr auch einen weiteren Schritt dazu geben, dass wir nicht nur im Bereich Operations für die Kennzahlen dort und für die Problematik dort arbeiten, sondern auch auf den Weg machen, zu dem Thema Innovation mehr zu unternehmen. Gut, wir haben jetzt hier mittlerweile einen Cutter-Coaching-Raum auch visualisiert. Also jeder Mitarbeiter kann bei uns zu jeder Tages- oder Nachtzeit in diesen Coaching-Raum reingehen und sieht dort, was hier an dieser Coaching-Wand steht. Das Ganze haben wir auch schon am 2.11. in eigener Regie gemacht. Also ich habe einen Termin eingestellt mit meinen drei ZIP-Leuten, habe das Ganze ein bisschen vorbereitet und wir haben diese Coaching-Kette, die da hinten dran ist, komplett durchlaufen. Sodass das, was wir vorher mit Herrn Aulinger gemacht haben, auch in eigener Regie gemacht. Sodass wir dort auch die nächsten Schritte gehen. Wird aber trotzdem so sein, dass wir irgendwann sagen werden, Herr Aulinger, wir brauchen Sie nochmal, damit Sie nochmal einen Input von außen kriegen. Wenn Sie das alles selbst tun, ist es in Ordnung bis zu einer gewissen Stufe. Wenn Sie aber nächste Schritte gehen wollen, brauchen Sie von außen die Signale und die Impulse, die Ihnen eine fremde Person geben muss und die das Ganze auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Sie sehen hier oben effiziente Kommunikation. Also wir haben die Kette geschlossen. Es gibt kein Excel-Tool, wo ich drei verschiedene Dateien aufmache. 20 Folien habe, das kennen Sie auch von internen Sitzungen. Zentraler Informationspunkt. Das Ganze ist Cutter-Coaching-Raum, ach wunderbar visualisiert. Wir haben vorhin auch über einen Betriebsrat gesprochen. Ach, ein Betriebsrat war bei uns bei diesen Seminaren mit dabei, bei den ersten zwei Stück. Dann hat er gesagt, okay, mir reicht das Thema Cutter. Er kennt auch diesen Coaching-Raum und er kennt auch viele seiner Leute und frägt die auch im Hintergrund. Das erfahre ich also auch. Ja, was macht ihr dann da? Was fragen die euch? Mittlerweile vertraut er uns und weiß, das ist für den Standard wichtig. Deshalb bleibt dieser Standard. Wir verdienen Geld. Das sind auch die nächsten Schritte, die wir jetzt Gott sei Dank auch machen, um einfach den Leuten weiterhin einen Arbeitsplatz zu bieten. Wir haben Abschaffung, Reduzierung der Regeltermine. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich zuvor immer diese OPL-Termine, Stunden mit meinen direkten Mitarbeitern hatte, das Coaching trotzdem noch gemacht habe. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, was soll man noch alles machen? Irgendwo bräuchte man einen Freiraum. Mit dem Cutter-Coaching erleben Sie, dass Sie die Dinge, die Sie dort bereden, die brauchen das nicht mehr in irgendeine Excel-Liste zu schreiben. Sie haben das auf dieser kleinen Karte drauf. Und diese kleine Karte sagt Ihnen genau das Gleiche, was Ihnen die Excel-Liste in einem Stunden-Meeting mitteilt. Also das war die Reduzierung dieser Regeltermine. Es gibt auch das Unwort, dieses Business-Theater, dass es anscheinend von vielen Acht-Stunden-Tagen viele Meetings gibt, wo man dann sagt, okay, ich war heute den ganzen Tag in Meetings, aber meine eigentliche Arbeit ist liegen geblieben. Also mit dem Thema Cutter-Training können Sie diese Regeltermine tatsächlich reduzieren. KPIs sichtbar auf der Wertstromebene. Auch alle Mitarbeiter sehen dann dort, wie zum Beispiel entwickelt sich ein OEE, die Verfügbarkeit der Anlagen, also die Instandteilung ist hier da auch mit eingebunden. So, dass wir diese Dinge dort allklar visualisieren. Voraussetzungen dazu, Sie müssen sich natürlich auch viel Disziplin aneignen. Sie müssen dann morgens um 9 Uhr bis 9.10 Uhr dort sein. Sie müssen 9.45 Uhr bis 10 Uhr muss ich auch dort sein. Ich muss am Nachmittag von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr auch mein OEE-Coaching machen und ich muss dann im Gruppencoaching von 15.00 Uhr bis 15.10 Uhr nochmal dort sein. Das ist am Anfang sehr, sehr anstrengend. Das schleift sich aber ein und wie gesagt, das hilft Ihnen schon sehr stark. Sie sehen hier das Thema Disziplin, habe ich deshalb hingeschrieben, weil das brauchen Sie. Das brauchen Sie. Das müssen Sie als Führungskraft vorleben. Wenn meine Reihe hier oben, die ersten drei Reihen leer sind, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Leute unten rauf, das was man am Bild jetzt nicht sieht, einfach keine Coachings mehr durchführen. Ich als Führungskraft muss das Ganze vorleben. Wenn Sie davon überzeugt sind, überzeugen Sie auch ganz leicht Ihre Mitarbeiter. Das Ganze gibt so einen Regelkreis, wo dann einfach funktioniert. Das macht Spaß, aber das ist am Anfang unwahrscheinlich anstrengend, weil Sie einfach das Thema Disziplin ganz stark einhalten müssen. Sie müssen dann auch klar Ihre Ziele beschreiben. Hier sehen Sie das Zielformular, dann haben Sie dieses T-Formular, dann haben Sie das Zielerreichungsgrafik und Sie haben das Coaching-Formular. Jeden Tag müssen Sie hier diese Coachings durchführen. Was ist Ihr nächstes Hindernis, was ist Ihr nächster Schritt, was ist Ihre Erwartung daraus und das Thema Ist- und Zielzustand haben Sie immer klar vor Augen. Was Sie dann noch machen müssen, auch das Thema Wertstrom aufnehmen, dass Sie überhaupt den Überblick erhalten. Wir haben bis zu 28 Wertströme im Unternehmen. Wir haben bis dato vier Stück aufgenommen, auch das kostet sich viel Zeit und Energie, weil wenn Sie jetzt alle Wertströme aufnehmen und noch nicht anfangen, die einzelnen Wertströme abzuarbeiten, nutzt Ihnen das auch nicht viel. Also Sie müssen dann auch über diese Coaching-Wand erkennen Sie dann irgendwann, dass ich mehr Kapazität noch gar nicht habe. Wir haben bewusst diese Coaching-Wand auch eingeführt, dass wir sagen, das was dort dran ist, machen wir und mehr können wir gar nicht tun. Ich kann die Wand ja nicht über zwei, drei Wände ausfüllen oder ausrollen, das bringt mir ja gar nichts, weil ich das Ganze ja gar nicht mehr abarbeiten kann. Auch das ist so eine magische Grenze, die Größe dieser Tafel. Sie sehen immer einen Monatsablauf da oben drauf und Sie haben dort diese Coaching-Mentee und haben Sie bis zu 25 Leute im Einsatz, die Sie dort haben. Sie können auch immer wechseln, dass einer in dem Monat aktiv ist, einer im anderen Monat aktiv ist und so haben wir das ganze Thema mit Kata-Coaching und die ganzen Ergebnisse vom Standort in Bad Harzburg extrem nach vorne getrieben. Wir haben Seite beim Kunde, Kundezufriedenheit, haben intern viel Geld gespart und, was nicht zu vergessen ist, wir haben unsere Leute entwickelt. Wir sind so weit, dass wir mit der Problemlösefähigkeit weiterkommen, mehr Leute haben, die uns dabei helfen und für die Zukunft mit dem Werkzeug auch gut gerüstet sind, sodass wir dort die nächsten Schritte tun können. Das war soweit von meiner Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und im Anschluss werden wir die Gelegenheit nutzen, wenn Sie Fragen dazu haben. Also in Bad Harzburg eine tolle Geschichte. Anstrengend, muss man klar auch so sagen, aber die Disziplin und das Durchhalte, das bringt Sie zu einem ganz anderen Niveau. Und da sind wir als Standard hier angekommen. Dankeschön. Vielen Dank.